Hiho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Dungeon-Freunde zu Legend of Grimlock, Labyrinth of Lies. Ja, wir sind im Geisterbereich des Albtraums hier. Weil wir hier Geister haben, die sich durch Magie nicht beeindrucken lassen. Und die es bornen, wie sie Lust haben. Und viel zu stark sind. So, gucken wir erstmal nach dieser Luke. Das hat schon mal nicht direkt was gemacht. Außer irgendwas auf und zu. Ja, das sind aber noch die Watcher vom Stockwerk drunter. Okay, das hat hier nicht wirklich was gemacht. Was haben wir hier? Knöpfe und... Ups. Au. Gut. Ich bin irgendwie abgehauen. Ja, weiter runter. Licht geht aus. Das ist nicht so schlimm. Das ist mir jetzt alles gerade recht egal. Hm? Blunt Crushing. Endurance Training. Blade Attacking. Und Hand to... Hand Arts. Ja. Alles nichts nützliches. Äh... Ja. Jetzt muss ich gerade nochmal gucken. Hm? Ja, das hier sind die Hallen der anderen Toten gewesen. Und ja, da sind noch mehr Tote jetzt. Äh. Ja, schreit rum, so viel ihr wollt. Ich muss... Da geht's runter. Wo komme ich dann hoch? Da geht's nämlich auch runter. Da geht's hoch. Äh. Ist es hier? Tatsache ist hier. Okay. Ja, hi Kumpel. Hi Kumpel. Das war nicht ganz so. Geplant. Aber ich krieg dich irgendwie tot. Du hast schon fast ein Level ab. Du brauchst noch, hast das... Äh, aber das Band. Und du bist schon ziemlich weit über 20. Du hingst halt hinterher. Äh. So, einmal Essen auffüllen. Und... Ja. Da ist eine ganze Armee. Und den Jungs. Und ich höre schon die nächste Legion. auf mich zu latschen. Ach, mach ich's ja. So. Gut. Level ab für dich. Ähm. Ähm. Drei Punkte hier rein. Und ein Punkt in Dodging. So. Hochheilen, verfluchen, weggehen lassen. Mana regenerieren, wäre auch nicht schlecht. Ja. Und wenn er hier das Level ab hat, müssten wir theoretisch nochmal ganz runter in die Horus-Mine. Und uns von unten nach oben mal durchboxen und die ganzen Altare auf Light anhauen. Ja, da fliegt wieder so ein Vieh rum. Ein Einzelner ist nicht so das Problem. Ja, die Katastrophe, die hinter ihm antanzt. Zum Glück habe ich hier ein sicheres Versteck. Einigermaßen sicher. Kann er eigentlich nicht, ähm, Lähmung entfernen? Blinkgate. Hm. Hm. WispShift Repulse. Nein, das war dann wohl eher sie. Recharge Item. WispShift Repulse. WispShift Repulse. WispShift Repulse. WispShift Repulse. Ist egal, sie ist jetzt eh wieder aufgetaut. Okay. Hi. Du bist die böse Krähe auf du. Und du tötest einfach Leute. Okay. 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 Da kommt jetzt die große Kampftruppe zuerst. Okay. Und hinter hier die Dummkrähe. Sie ist schon mal eingefroren. Na kommt. Eine ist noch da. Gut. Auch Rasten-Quicksafe machen Stückchen für Stückchen die Armee der Untoten ausdünn. Hi. Au. Das tut weh. Ja. Tut sogar sehr weh. Beschleunigen wir mal die Heilung ein bisschen. Zum Glück können bis auf die Watchers niemand Türen öffnen. Die Viecher sind so böse stark. Ja. Au. Da ist noch ein Fliegeviech. Okay. Ah. Und hat dich gut erwischt. Schnell die Tür zu machen. Das war jetzt einigermaßen gut. 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 SCHREIFFF Untertitelung des ZDF für funk, 2017